Freude am Beruf ist für mich auch noch 26 Jahren bei der Grabe, jeden Tag mit Spaß an die Arbeit gehen zu können. Man lernt immer wieder neue Leute kennen, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und es kommen täglich interessante Herausforderungen dazu. Tradition bedeutet für mich Sicherheit, Regionalität heißt schnell für unsere Kunden da zu sein. Flexibilität bedeutet für mich, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann. Ich kann mit meinen Kunden vereinbaren, wann und wo wir uns treffen. Ich kann mein Kind immer pünktlich vom Kindergarten abholen. Also das ist das, was für mich wichtig ist. Vertrauen ist für mich ganz ganz wichtig. Es steht für den Kunden und für mich im Vordergrund. Verantwortung hat für mich auch im Privatleben einen sehr hohen Stellenwert, da ich eine große Verantwortung für meine Kameraden im Einsatz trage. Komm auch du als Kundenberater oder Kundenberaterin zur Grawe und verstärke unser Team.